Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und was genau macht uns nachhaltig? Ist es unsere Inspiration oder das Feuer, das uns antreibt? Ist es unser spezieller Blick für die Dinge? Oder sind es doch die Wurzeln, die uns im Hier und Jetzt verankern? Ist es die Erfahrung, die in jedes Detail fließt? Oder die Tradition, die uns definiert? Nachhaltigkeit ist, was uns verbindet. Wir lassen uns von ihr leiten, um die beste Version von uns selbst zu sein.